Musik 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 Mein Name ist Sandy Strickhoff Ich bin Anna von Grefens und möchte einige ganz spannende Aspekte mit der Ölmannerei vorstellen und zwar die Beweglichkeit die man mit Öl haben kann wie einfach es sein kann Das ist eine bereits gemalte Leinwand und die ist so mittelmäßig bis schlecht das kann man eher nur als eine Kondierung oder als ein etwas junges Bild bezeichnen und ich möchte jetzt schauen, dass ich aus diesem Bild etwas ganz anderes gestalte Dazu nehme ich jetzt eine Ölfarbe und es nennt man Dike Braul und werde dieses Bild erst mal für mich vor machen Musik 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 Jetzt denkt man sich Okay, jetzt hast du natürlich nur ein buntes und schwarzes Bild Was mache ich da jetzt? So gibt es jetzt viele Möglichkeiten und einige was natürlich zeigen ganz spontan aus dem Bauch heraus jetzt mit dem Status des dunklen Bildes arbeiten und Flächen ausführen sprich das was unten drunter ist Musik 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 Und jetzt setze ich meine Farbigkeit hinzu und man sieht, wie das Öl in der Labe ist sich zu verbinden Musik Die Mischung all dieser Pigmente ergibt eine ganz einwillige und starke Farbwelt und abgesehen davon es macht unglaublich Spaß Musik Musik Das Bild einzuschlagen Musik 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 So, dann würde ich das jetzt erst mal sacken lassen um dann eine Farb für den Hintergrund zu finden Die Möglichkeit wäre eben auch oben wieder das Licht zu setzen dazu brauchen wir ein bisschen Schmutz für den Rest des Pinsels und werde dann und werde dann mit einem Mischweiß das ist ein Weiß, welches nicht so deckend ist sondern sehr opak werde ich ein paar Lichter setzen auch wieder mit einem relativ schmuddeligen Pinsel das heißt nicht, dass man jetzt immer mit schmuddeligen Pinsel arbeiten muss, aber da ist die Resttonigkeit drin von dem Lasurgelb und wenn die Farben miteinander was zu tun haben heißt das, dass sie sich innerhalb des Bildes wunderbar miteinander verbinden können und es nicht zu einem Bild in Bild kommen kann Das ist jetzt ein grober Farbauftrag um einfach mal zu sehen wie kann das wirken denn wenn es nichts ist ist es wunderbar einfach das einfach wieder abzunehmen das Schöne ist also man kann nichts verkehrt machen man kann nur sehen es passt oder es passt nicht so hier habe ich jetzt mal eine grundsätzliche Anlage und die Dynamik ist drin und das, was vorher so langweilig war ist nicht mehr da aber trotzdem habe ich die Untergrund gearbeitet dann fange ich mir nicht an mit dem Bild spazieren zu gehen so ist die nicht drin dann fange ich mir nicht an mit dem Bild spazieren zu gehen das ist das schönste überhaupt das ist das schönste überhaupt guck mal was da für Licht gerade wieder rauskommt das ist wundervoll so das habe ich jetzt gut rum gearbeitet das hat Spaß gemacht und da muss noch etwas passieren so das ist jetzt gut das ist jetzt gut das ist jetzt gut mein Gott bin ich eine Labertasche das ist das 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 das